Der Schnee fiel herab, schwebte lautlos durch das Universum und lautlos fiel er auf all die Lebenden und Toten. Ingrid, was denkst du, sollte ich Abschied nehmen von meinen engsten Freunden? Ich denke, du solltest tun, was du tun möchtest. Ich werde nicht in würdeloser Qual sterben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, dass du Ja sagst. Ja, wozu? Du wirst einen Anwalt brauchen. Nein, das ist absolut geheim. Ich werde bei offener Tür schlafen und der Tag, an dem sie geschlossen ist, ist der Tag, an dem es schon passiert ist. Ich habe den Glauben daran, dass Menschen das Richtige tun, völlig verloren. Ich lerne von ihr, rate ich dir auch. Es gibt viele Möglichkeiten, in einer Tragödie zu leben. Kannst du sie hören? Es ist schon Tag Und du lebst.